Und jetzt bitte ich bitte die andere Gruppe mit ihren Hunden für die Gruppenübung Immobilien, für das Verhalten gegenüber anderen Hunden. Wir haben jetzt auch die unterschiedlichsten Hunde dabei, vom jungen Hund bis zum älteren Hund mit VPG und Begleithundeprüfung. Und die Irina natürlich schon in Obidienprüfungen gestartet. Die Irina natürlich auch in Obidienprüfung. Die Irina natürlich auch in Obidienprüfung. Wir haben jetzt noch zwei Nachzügele bekommen, die sich noch schnell mit dazu geschmuggelt haben. Im Normalfall sind es in der Obidienprüfung nur sechs Hunde, aber wir haben jetzt zwei mit dazu. Und jetzt bitte die Irina natürlich auch in Obidienprüfung. Das ist eine große Herausforderung. Und jetzt bitte die Irina natürlich auch in Obidienprüfung. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Vielen Dank. Darf ich dann auch die Fotos im Zaun? Darf ich dann auch die Fotos im Zaun? Darf ich dann auch die Fotos im Zaun? Das Duat sagt auch immer, wann welchen Platz gelegt wird. Darf ich dann auch die Fotos im Zaun? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020